Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück beim Let's Play von ARK Steampunk. Jetzt muss ich mal wieder kurz überlegen, wie das hier eigentlich heißt, was wir hier machen. Die Dalu, Dexa und ich, wir wissen doch manchmal nicht, was wir tun. Das heißt, einmal mit Profi-School, ja. Achso. Ja, du kannst das. Du hast eine schöne Falldeko gerade in deinem Haar, in deiner Haarbracht. Bist du zu doof? Hol den Terry, hab was für dein Geld. Hol ich, hol ich. Genau, du betäubst mich von hinten dann. Genau, direkt wenn du vorm Terry stehst. Hier vorne ist der gute Terry, den die Dalu in der letzten Folge noch gefunden hatte. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den da rauskriege. Ich weiß auch nicht, wo du wieder rauskriegst, aber das ist der letzte. Ich klinge doch alles an. Habt ihr euch jetzt drinnen? Ist der jetzt drin, ne? Ich wäre draußen. Nein, der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Anu, du fühlst mich doch. Anu, du holst den da jetzt rein. Los, rein da. Du musst richtig rein. Du musst richtig rein, sonst springt das nichts. Nein, der ist draußen. Nein, Terry ist draußen. Ja, dann betäubt man es so. Bringt voll viel, weil der gleich abfaut. Warte mal, dann machen wir das jetzt wirklich so gut ab. So, dann ist eine ganze Reihe weg. Mhm. Das ist scheiße. Kommt aber auch nicht durch, ist in Ordnung. Okay. Mach das und dann mach das Tor auf. Ich bin nur gleich tot, also wenn der jetzt noch einmal auf mich schlägt, bin ich tot. Mach's doch. Tschüss. Hast du? Ja. Gut, er ist auf mich aggro. Das ist doch mal ein professioneller Zinkel. Das steht aus mehr Loch als... Ja, da sind nur zwei, drei Wände. So, du kannst weiter ballern. Oh, oh, das sah ja aus, als würde er jetzt rauskommen, gell? Nee, nee. Willst du nicht wieder eine Wand setzen, lieber? Nein. Müsst wieder zu. Mir nicht. Ja, das wird ihm hindern. Ja, das ist verständlich. Wir sind übrigens beide ganz schön nackt, fällt mir auf. Ja, meine Rüstung ist komplett kaputt. Ich baue uns mal was, ne? Was brauchst du denn jetzt? Ich baue uns mal ein bisschen Lederrüstung. Äh, Koya, könntest du bitte mit deiner Schröderike schnell Holz sammeln und ein Tor bauen? Er hat uns das zum ersten Mal komplett kaputt gemacht. Marien, ich block ihn hier. Ich block ihn hier. So kriegst du ihn ja. Die kann ja ein bisschen tanken. Das hat er aber jetzt auch zum ersten Mal geschafft. Ja, das hat er aber auch drauf rumgeschreddert. Bisher haben wir die ja auch immer an die Steinwände gezogen. Ja. Jetzt sollt er gleich... Sollte eigentlich mal so langsam... Ja. Ja, ich glaube, der letzte war schon einer zu viel. Glaubst du oder weißt du? Bin mir recht sicher. Sehen wir dann gleich. So, ich baue uns derweil mal ne Haltrüstung. Wieso gefallen wir den so nicht? Ich dachte mir so, wenn jetzt ein Dilo kommt und uns umhaut, ist echt peinlich. Äh, ja. Ich finde, das passt. Irgendwie kann ich mich gerade an ne Folge erinnern, wo ich die ganze Zeit da gehangen habe und gepfiffen habe und gepocht habe. Das ist gerade jetzt wieder so. Komisch. Warum das immer ist bei uns hier. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Irgendwas machen wir falsch. Egal, wir haben Spaß dabei. Zum Sterben und Spaß dabei haben. Das ist schon super. Ähm, ich tue mal... Haben wir Major Berris? Ich tue mal Major Berris rein, dann sehen wir ja, wie viel, ähm, wie viel, wie viel Prozent der noch hat. Mach das. Eben kam ich noch ran, jetzt will er nicht. Dann geh auf die Seite, wo die Türe ist. Lass mich doch ran! Geh doch einfach auf die Seite, wo die Türe ist. Und? Siehst du ein Prozent? Ich von hier nicht. Da, Moment. 100 Prozent. Passt. Gut, dann passt's. So, ich habe... Ich habe... Ich habe da... Ich habe da jetzt zumindest noch... So, du holst dir mal ne Rüstung ab. Ich leg die rein in den Terezino. Ich sag ja, Kuya gefällt's nicht. Ich find's auch, dass ich... Du, äh, bei unseren Charakteren gefällt's mir auch mit Rüstung nicht. Es tut mir leid, das sagen wir nicht. Aber es ist eigentlich völlig egal, was wir anhaben. Vom Gefallen her ist das in der Tat, äh, egal. Ja. Ähm. So, auf jeden Fall ist er jetzt so weit zu, dass nur noch ein Dilo reinkommt. Super, und der genau wird's sein. Ja, Moment, ich mach gleich die Türe auch noch rein. Ich hätte hier Terezino, männlich, Level 56. Das ist ein Arsch. Das ist so ein Arsch mit Ohren. Mit oder ohne Ohren? Soll ich dir was sagen, Xa? Mir egal. Weißt du, dämen dir. Mach's dir gemütlich. Hol'n dir doch. Genau, und extra sagen, ihr braucht mich ja eh nicht zum Zähmann. Ja, dann... Dann warten, bis der liegt. Wir brauchen's doch eh... Ja, genau, dann... Ach, übrigens, ich hab den Level 6. Das ist so ein Arsch. Ja. Ich kündige. Okay. Ist gut, ich hab mal gedacht, du bist der Chef. Ja. Kann der Chef nicht kündigen. Der Chef kann auch kündigen. Nee, du kannst nicht kündigen. Kündige allen. Wir können kündigen. Du, honey. Er zieht sogar... Äh... Nee, ich sag's nicht. Halt die Klappe. Nee, zähm ihn. Bau'n Zähm-Käfig, Xa. Ich kann dir das nur empfehlen. Geht voll easy. Können dir auch genau zeigen, wie sie aussehen. Dann wirklich hin oder fast K.O. Oder wie? Ja, natürlich. Wo bist du denn? Mit der Keuler. Ich bin eigentlich ziemlich genau da, wo du deine PvP-Base auf dem Genügel oben hattest. Ach du, hilf. Am Arsch der Welt ist er. So war das nicht weg. Naja, ja, von hier ist er in den Ecken. Magst du rüber reiten, oder was? Ja, 50 ist... Kannst du jetzt nicht sagen, dass... Also, geht nicht, oder? Na, was denn? Unsere ist 49. Ja, aber 56 ist nochmal 7 Level mehr. Und ich mein... Ja, dann bringen wir den Umwandgänger rüber. Nö, nö, nö. Dann haben wir zwei, oder nicht? Wozu? Du kannst doch nicht jetzt... Kannst ihn doch nicht. Was? Töten. Das geht nicht. Das macht man nicht. Weil? Weil er... Weil er jetzt hier da was reingesch... Weil er dann unnötig im Weg steht. Nein, dann bleibt er da stehen und bewacht die Basis. Oh, Mann. Er hat das verdient. Er hat hier... Er hat hier so tapfer gekämpft. Und uns echt fast auseinandergenommen. Das ist Quentin Terrezino. Ja, möchte ich drauf bestehen. Wolltest du... Naja, das war ja auch ein Wändchen, oder? Naja, natürlich. Sonst hätten wir es ja nicht gesehen. Ja, 56 müssen wir machen. Und den müssen wir dann mit Schnitzelinde verpaaren. Das sind die beiden Hochleveligen dann. Ja, dann rüber zu sein mit dir. Ja, meinst du den finde? Ich überlege gerade, ob ich dich schicke. Aber okay. In der Schnitzelinde hast du das ganze Zähmzeug. Warte mal. Ich... Eventuell ein paar Narcotics nehme ich mir. Ich bräuchte die restlichen Wände, oder... Ach nee, die habe ich ja. Oh, viele Wände sind das nicht mehr, aber kriegen wir schon hin. Ein Tor hast du ja auch keins mehr, aber das baue ich dann. Da hat ja einen Schredder. Ja. Ja, ich habe... Also Wände habe ich genug und Foundations habe ich auch ein paar, und die bauen wir zur Not. Okay. Immerhin. Dann bin ich... Du kannst da mal Stein mitnehmen, dann baue ich mal bei Holzwendeln, da ist mir auch egal. Nö, ist okay. Ich kann auch Steinwendel bauen, hier. Ich lege nicht hier genug rum. Naja, alles gut. Äh, so. Wo muss ich hin, da? Keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß wirklich überhaupt nicht, wo ich bin, also. Kein blassen Schimmer. Ähm. Ja. Hier jetzt den Fluss zurück durch, durch, durch... Moment. Wo bin ich denn auf der Karte? Dann finde ich's. Wo bist du auf der Karte? Ähm... Relativ weit im Westen, oder? Ja. Tief im Westen! Mäh. So. Ja. Die Bucht von unserem Hafen, Xa, war das die bei 50... 50-80? Ich glaube, oder? Äh, die was? Die Bucht, wo du den Hafen damals gebaut hast. Tiefer. Die bei 50-80 sein, oder? 60-80 eher so. Da hast du die bei 70-80. 70-80. Ja, Kuja, dann viel Spaß. Da musst du jetzt so durch, und dann musst du so durch, und wenn du beim Fluss bist, bist du richtig. Also am einfachsten dürfte sein, wenn du nach links läufst, praktisch wieder zu dem Fluss. Kuja? Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um... Wo bist du? Ich bin in die Schlucht jetzt, und laufe in der Schlucht zurück zum Fluss, und biege dann rechts ab, und komme an. Genau, aber ich kann... Und du bist jetzt mit Baryonics los? Weil der viel schneller ist. Hast du die Betäubungspfeile mitgenommen? Ab vollen kommen. Ich habe 80 Betäubungspfeile, ja. Na gut. Äh, nee, du bleibst am besten da. So nett, dass wir das Tierchen dann verlieren. Du hättest es aber einfacher haben können. Kuja. Was? Ich will nicht unbedingt einfach, ich will ehrlich gesagt ankommen. Und da dachte ich mir, lauf mal so, wie du denkst, dass du glaubst, zu wissen, wo du meinst zu sein. Oh Mann, okay. Wenn der Schreiter fertig ist, komm ich rüber zu euch, ja? Ich bin jetzt beim grünen Pinökel, lass mal überlegen. Hinten zum See, dort, wo wir gerade die Schreiter gesehen haben. Ja, ne? Und dann beim... Du hattest lang nach vorne, ja, bis zur PvP-Basis. Dann den Wasser voll runter und gut ist. Ah, ja, 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 ja. Hättet ihr mir, äh, Lehrerskräften sollen. Ich glaube, ich hab ne grobe Idee. Oh Mann. Kuja, wie lange spielst du jetzt? Ich müsste da abbiegen, wo meine hohe Schreiterike war, die ich gefunden hab, oder? Die 58er Dame. Genau, ja. Da biege ich links ab durch den Sumpf und da entlang, als bis zum großen See. Genau. Und dann beim See weiß ich nicht, dann so halb rechts halten, oder? Links? Nein. Du schaust, dass du, bevor du zum See kommst, auf der Seite links bist. Vom Fluss, nicht rechts. Echt jetzt? Ja, dann biegst du einfach ab und bist, wenn du gerade ausgehst, vorne bei der PvP-Basis. Ha. Hätte jetzt rechts gedacht, am See vorbei. Dort haben wir deinen Spino damals geteamt, wo ich dich als Lebendfutter hingehalten hab, falls du dich erinnert hast. Ja, 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 das weiß ich. Nur da dachte ich irgendwie rechts am See vorbei, oder? Nein. Oh, dann links. Also im Idealfall gehst du vor dem See einmal durch den Fluss, damit du gar nicht mehr durch den See schwimmen musst. Mhm. Riechen. Schreitericke ist zum Drittel fertig. Mal schauen, ob du das voransehen kriegst. So ein bisschen Druck brauchst du, Gruja. Mhm. Druck, Druck, immer dieser unmenschliche Druck. Ach, dazu weiß ich, wie ich da hinkomme von da. Ich war da nicht, ich will nicht gern jagen. Seid ihr verstanden? Ich bin jetzt beim Redwood. Also, okay, das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Ja, da muss ich dann mehr oder weniger am Rand vorbei. Ja. Dann laufe ich nämlich jetzt gar nicht über den See, sondern gehe zum Redwood an den Fluss und dann nach den Norden. Oder so, ja. Du, Hauptsache, du findest ihn. Eben. Ich habe mal einen ganz eigenen Weg, aber ich glaube, der ist gar nicht mal so schlecht gewesen. Ich schreib's dir dann unter die Kommentare. Ja, mach das. Das würde mich in der Tat mal interessieren. Aber ich glaube, der ist gut. Du, um ehrlich zu sein, es ist vollkommen egal, der ist weg. Du nimmst, solange du in etwa weißt, wie du es hinkommst. Äh, äh, okay. Das ganze Bauzeug habe ich glücklicherweise nicht im Baryonyx. Ich werde gerade hier von ein paar Pädophilen hier, äh, geklaut. Beklaut. Ja, dann hast du die ganzen Wände weg. Ja, ja, eben. Aber ich habe geguckt, die habe ich bei mir im Inventar nicht beim Baryonyx. Nicht nur, dass die Pädophilen von dir klauen können. Nicht, wenn ich auf dem Dino sitze. Beim Raptor letztens haben sie mich beklaut. Auwa. Habe ich sogar im Video gesagt gehabt. Da habe ich zuerst glaubt, sie klauen im Raptor was, aber in Wahrheit haben sie mein Fleisch geklaut, was ich auf der Null liegen gehabt habe. Öh, jetzt wo du sagst, mein gekochtes Fleisch ist weg. Hahaha. Brauch schon mal ein Lagerfeuer, Xar. Das wird ernst, weil ich habe, ehrlich gesagt, gar nichts. Ich muss gerade noch eine Schrettericke abhängen. Mach das, ich... Ja, und jetzt exakt, jetzt habe ich Hunger. Super. Dann brauche ich gerade mal ein paar Beeren. Dann ist ja gut, dass ich dich vorgewarnt habe. Ja, jetzt hätte ich auf Fleisch gedrückt und dumm geguckt. Du sagst, wo ist mein ganzes Fleisch hin? Ein Träumchen. Und dann legen ein paar unnötige Beeren auf die Null. Ja, ja. Was machen die eigentlich, wenn auf der Null nichts ist? Dann die Neuen oder wie? Was auf deinem Inventar klauen. Dann klauen die ja zufällig irgendwas aus dem Inventar. Ah, okay. Also du solltest schauen, dass du auf der Null immer ein paar Beeren oder irgendetwas hast, was nicht unbedingt lebensnotwendig ist. Also nicht unbedingt die Waffe oder so. Ich bin schon an diesem Pinökel beim Sumpf, an dem großen. Pinökel? Ja, beim Sumpf ist doch auch noch so eine große Fläche. Sind doch diese, wo die PvP-Basis war, sind doch diese großen... Ja. Diese großen Sockel, diese großen Steinsockel. Ach so, ja, ja, ja. Ich bin jetzt genau beim PvP-Steinsockel. So, wo bist du? Noch ein bisschen weiter den Fluss hoch. Okay. Also in Richtung Kujas PvE-Basis. Ja, das hätte ich dich schon angewatscht bekommen. Juhu, ich sehe dich. Siehst, er hat es geschafft und das sogar noch diese Folge. Ja, nö, es war auch auf direktem Weg. Also ich glaube, ich habe einen sehr guten Weg gefunden. Der wäre besser als am See entlang. Also so unständlich kann er nicht gewesen sein, sonst wärst du noch nicht dort. So, wo ist dein Opfer? Suchst du auf die rechte Seite? Da läuft etwas mit weißem Streifen durch die Gegend. Die Seite? Die rechte Seite. Genau in die Richtung gucken. Ach da, ach, oh. Die sieht echt schön, äh, oder der sieht vielmehr echt schön aus. Also soll ich den doch gehen? Weg. Wie so ein Stinktier ein großes. Ähm. Ähm. Ja, dann brauchen wir hier, hier können wir den Felsen noch mitnutzen. Mhm. Nur du musst diesmal einen Lockvogel machen. Ich habe nur eine Heidrüstung an. So. Aus irgendwelchen Gründen ist die andere kaputt. Und wenn du irgendwie eine Holztür bauen könntest, dass du wieder rauskommst, weil, äh, das hatten wir das letzte Mal vergessen. Also kein Tor, sondern eine Tür. Ja, wir hatten, ja genau. Ja, Tor auch. Tor post auch. Habe ich auch nicht. Aber das war echt gut. Wir haben den 10 Käfig gemacht und keinen Ausgang. Super. Ja, nee, war gut. Also, war schon lustig. Also lustig war's. Kurz schon. Oh Mann, einmal mit Vorhieß. Was denn das Ding liegt da? Das liegt wunderbar. Das ist eine perfekte Zähmung, ja? Ja, 99,9 hat er noch. Eben. Achso, klar. Ja, das musst du erst mal schaffen. Eben. Mhm. Alles klar. Also, warte mal. Von hier kommst du ja. Moment, dann muss ich dir mal 2 geben. Warte mal. Moment. Oh, äh, könntest du mir 40 Steine in meine Schädtericke schmeißen? Wo soll ich denn die nehmen? Moment. Irgendwo aus einem Steinklopfen? Meinst du? Na komm, mach fertig. Danke. Fingst du sie dann auch, oder ihn dann auch zurück? Erstmal ans Boot? Ja, glaub sinnvoll, ne? Ja. Gut sinnwachen tun. Aber brauchst du noch irgendeine Wände oder sowas? Nee, Wände brauch ich nicht. Was ich brauche, ist das Dino-Tor und das normale Tor. Das ist alles. Okay. Also, halbfertig ist er ja schon. Machst du das Tor vorne hin? Um Dings, ne? Wollte eigentlich reichen. So klein? Warte mal, ich mach's das andersrum. Ja, das ist schon praktischer, weil dann guckt sie halt raus und... Nö, also wie, ich schnapp das Tor hier ganz komisch. Ja, dann... Geh rein und versuch's von innen zu setzen. Ne, ich nehm mal hier die Fensters weg. Hat's dann besser. Achso, und du... Und die Tür hätte ich noch ganz gerne von dir. Hast du dir eine Kutik mitgenommen, Koja? Nö. Mhm. Nö, hätten wir müssen. Hast du was nachschmeißen müssen bei der? Ja. Ah, du kommst ja gleich. Mhm. Wir fangen sie erstmal ein. Ja, zu zwei Drittel ist er jetzt, würde ich sagen. Ein bisschen dauert's noch. Wie du weg bist, war er unten auf 1200 circa. Also, ja, musste ich nachlegen. Mhm. Ähm... Mal gucken. Ähm... Ja, das ist kein Ding. Warte mal, ich... Ich baue hier... Moment. Mörser? Ich baue einen Mörser und... Gammelflyme und sowas. Meinst du nicht, dass ihr hier durchkommt, an der Unterseite? Ähm... Eigentlich ganz sicher nicht. Kommt doch eine komplette breite Wand nicht durch. Da kommt sie theoretisch durch. Da müssen wir aber noch was draufsetzen. Ja, nee, hier kommst du durch, wo wir jetzt grad sind. Aber da wollte ich ja auch noch was draufsetzen, auf deine Mauer da. Boah, ich kann da auch noch... Soll ich noch rechts was dran machen? Ja, vielleicht sicherer, oder? Ja, ehe die da irgendwie über den Felsen mit hochkomme. Komm, hm. So. Dann hätte ich gern noch einen Twang Arrow, weil sonst müsste ich mit normalen schießen. Hier hast du 50. Und dann lass dich schön schnetzeln. Ja, aber vorher schmeiße ich noch mal einen Guelumpe in die Schatterwäcke. Und... Mal sehen, wo ist er denn? Hm? Hast du sie? Ach, nö. Hm? Ja, ich hab noch einen Drodon gefunden. Einen Drodon? Ach so, okay. Hast du aber. Ja, dann hab ich klein bekommen. Bin jetzt nur vergiftet. Fall gleich betäubt um. Und... ...meine Stamina geht runter. Es ist also alles wie geplant. Hier hast du... Hier hast du drei Bären. Ja, nimm dir die drei weißen Bären besser als nix. Die du umkippst. Nom 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 nom. So. Dann nehm ich gleich noch einen Schluck Wasser, damit es besser runterrutscht. Ich brauch noch was zu essen gleich. Alles cool. Ja, unterhaltet mich ruhig. Hier ist gerade etwas langweilig. Sedge... ...Foundation... Ich denke, dass die hin... Ja, die sind jetzt weg. Das wär's. Also meine schnacht hier ganz gemütlich. Moment, ich... ...muss mal kurz auf die Skattericke hausen. Da hab ich ein bisschen besser... ...überblick. Naja, und sieh nur zu, dass nett am Ende Akku auf die Skattericke hat. Ja, ich will ja nicht mit ihr kuscheln. Ich will ja nur gucken. Ach. Blindfisch. Ha! Xa ist auch mal ein Blindfisch. Sag, wenn du sie hast, damit ich mich in eine Position bringen kann, ne? Mhm. Julia spielt jetzt den Türschließer. Mhm. Es geht so schief. Ach, nicht doch. Es klingt so, als hätte sie. Ja, ich hab sie. Oh. Warte, die gehen da durch. Was? Wo? Wie? Was? Wie sind die durch? Frag mich nicht, aber sie ist durch. Ich bin gleich dort. Wie ist die denn da durchgekommen? Die ist einfach nur wieder hergerannt. Kuh, ihr habt mal im Bett. Ich hab ein Problem. Ich muss die jetzt töten. Die hat Akku auf mich. Rein davon. Ja, ich versuch's. Aber ich bin jedes Mal... Die steht in mir drin. Dann musst du ihn töten. Soll ich das machen? Soll ich auf dem Boot sparen? Warte noch kurz. Ich mein, Kuh, ihr darf jetzt nicht sterben, sonst haben wir da Probleme. Ja, bevor ich sterbe, hau ich sie um. Aber ich krieg die nicht los. Die ist schneller. Mehr oder weniger. Die ist schneller. Auf jeden Fall schneller. Und dann hau es um und bauen, bei der es gesagt hat, wenn ich wenigstens zurückkommen kann. Die lässt nicht los. Die lässt nicht los. Ich muss so umhauen. Ich bin jetzt auf dem Terrezino versucht zu fliehen und... Also, wenn du ein bisschen Schlangenlinien um die Bäume rumreitest. Ja, das ist ja auch immer abgehängt. Versuch's nochmal. Aber ich hab gleich kein Stamina mehr. Das ist mein Problem. Ja. Und hier sind halt keine großartigen Bäume. Bäume oder Felsen, irgendwas, wo sie so ein bisschen reinhängen kann. Ja. Du packst das Goyang. Hab's denn los. Goyang. Dann schau jetzt, ob du alles hast für ein Bett. Nicht, dass der Xaas ein ganzes Video nur schwarzem Bildschirm herzeigen kann. Nee, nee. Ich versuch's ja. Ich muss jetzt nur wieder weit zurücklaufen. Ich bin ein ganz schönes Stück zurück. Ja, ja, klar. Übel, dieses Tier. So, zum Glück ist er nicht auf dem Baryonyx los. Dann hätte ich sie futtern müssen. Ja. Aber wo ist denn die drüber? Oder was hatten die gemacht? Das verstehe ich ja nicht. Also, so gefühlt würde ich sagen. Die ist einfach durch die Wand durchgerannt. Die ist direkt immer hinter mir geblieben. Was? So, Bett. Ich hab das normale Bett nicht gelernt. Kann das sein? Ja, ich glaube, das ist nur ein Sport. Moment. Moment. Ja. Hammer. Zack. Wird gebaut. Oh, oh. Ich glaub, da kommt was. Das ist wütend. Machst du auch noch die Schratze? Wenn ich das jetzt richtig sehe, hat mich da grad was gef... Nee, okay. Ist nur ein... So, Bett steht. Wo du gestorben bist, weiß ich leider nicht. Ach doch, ich hab dich. Ja, ich bin doch einfach in gerader Linie wieder weggerannt. Hier, Leiche. Leiche to go. Oh, das ist aber schön. Kannst du mich auch... Ja, danke. Bitte. Das geht ja... Kannst du dich mal schön bewundern, oder? Also, ist das... Ich hab Xa auch einen extra schönen neuen Bart gemacht. Hast du den schon wieder umgefärbt oder hab ich auf die falsche Farbe gedrückt? Nein, ich hab da nichts umgefärbt. Das war doch bei dir, wie es gestorben ist, dasselbe, da war die Farbe ja auch weg. Hier geht ein bisschen falsch rum. Stimmt, ja, in der Tat. Der... Egal. Ja, der Bart war noch lila. Jetzt ist deiner grün. Siehste? Ist alles wieder schön. Das bist nicht... Ähm... Da ist ein Fehler beim Klonen unterlaufen. So, also die ist einfach durch diese Wand hier durch. Jo. Moment, das will ich jetzt mal kurz ausprobieren. Die muss irgendwie dann den Felsen da rechts hoch, oder so. Hä? Wie? Du bist es ja auch gerade, aber wie? Du machst einfach einen Hoppla und das ist super. Jetzt nicht. Naja, aber hier ruckelt es irgendwie mal kurz. Und wenn man dann mitnimmt, dann... Krass. Das Spiel hat keine Bugs. Alles gut. Überhaupt nicht. Ja gut, dann sammeln wir jetzt den Scheiß hier wieder ein und bauen halt da drüben nochmal einen neuen Zähnkäfig aus, wo der jetzt ist. Oder eher. Ich sag immer die. Sag mal die Schrederike. Äh, Pickup. Der Schred... Der Schreder... Schrederik wurde auch vorgeschlagen. Fand ich auch gut. Schrederik. Schrederik ist auch nicht schlecht. Schrederik und Schrederike und Quentin Terrezino. So, da haben wir doch eigentlich schöne Namen. Äh, ja. Nimmst du auch noch ein bisschen mit auf? Dann geht es ein bisschen schneller, Xa? Ja. Verärkte, ich spiel hier an die Runde die Arme leichter. Das tust du immer und gut. Ja, lieb, Koja. Bin immer lieb. Okay, dann mach ich die Bodenplatten. Wollte es eigentlich so aufteilen, dass einer die Wände am Ende hat und einer die Bodenplatten am Ende gekallt hat. Bleiben wir jetzt halt aufs Kreuz und Quer. So. Bup. Das ist dir. Ich versuch's erst gar nicht. Oh, ihr net. Also, wir haben einen Territinus Aurus Level 73. Ja. Immerhin. Siehste? So macht man das, Xa. Mhm. Und wo muss man das mal erzählen? Äh, runter. Hier, so. Wo genau die sich jetzt, oder er sich jetzt auch gehängt hat, weiß ich nicht. Muss ich gucken. War froh. Ich hatte ihn irgendwann nicht mehr hinter mir. Was da genau passiert ist, wir werden es. Da vorne läuft sie direkt. Na Tatsache. Aber wir sollten sie vielleicht ein bisschen vom Wasser wegziehen. Wir werden ein bisschen unschön, wenn die hier Wasser umblumst. Ja. Links hier. Wobei, auf der rechten Seite gibt's eine relativ große Fläche, wo man was aufbauen könnte. Okay. Weil in die Richtung war läuft. Ja. Du meinst. Könnten auch versuchen wir hier direkt. Noch mal ne Schattelgung. Gucken. Ja, dann haben wir gleich, äh, Mäser. Ne, ist auch ein Wändchen. Wird er um, oder geht er? Das ist ein Wändchen, das soll er keine Antwort sehen. Okay, komm, dann bauen wir hier auf. Hier direkt an die Seite von hier, aber auch. Ja, wir haben ja gute Erfahrungen mitgemacht, dass man die Steinwand mitnutzt. Ich finde, das sollten wir einfach wieder tun. Mhm. Man muss ja aus seinen Fehlern und Erfahrungen der Vergangenheit lernen. Auf jeden Fall. Na, komm. Ah. Ah. So. Brauchst du Wände? Ja. Reicht das hier, oder soll ich hier noch zumal? Ich mach lieber noch, nach der Erfahrung. Oh, lieber hier noch zu. So. Wer soll ich sagen? Ich schwinge dann aus, äh, Narkotik. So, ich hätte dann, äh, Narkotik gesammelt. Eigentlich nur in Narkotiks. Äh, hast du ein paar Schnitzel für mich gesagt? Ja, hab ich. Das wär supi. Oh, doch, ich schmeiße. Dankeschön. Ich wusste gar nicht, dass die gar nicht angriffen wären im Prinz. So Schnitzel könntest du natürlich mitbringen, Darno, fällt mir grad ein. Wär natürlich sinnvoll. So, wo ist denn das Tor? Hab ich das eingesammelt? Das hab ich eingesammelt. Ja, das hast du. Ja. Fünf. Das schnippt ja in der Tat nicht. Ähm. Ja. Warnst du mich, wenn sie mir zu nahe kommt? Mhm. Pick-up. Fünf. Zack. Zack. So, jetzt brauchen wir noch eine zweite Reihe obendrauf. Hup. Hup. Joa. Also. Ich würde fast sagen, allerdings. Ach egal, wenn die Wände brechen, brechen die Wände. Dann blockierst du wieder mit der anderen. Gut, hast du noch ein bisschen Rüstung oder ist die kaputt? Meine ist kaputt. Super. Meine auch. Joa, wo keine Rüstung ist, kann auch nichts kaputt gehen. Ja, aber wenn die dich zweimal haut, bist du ohne Rüstung tot. Dann soll sie mich halt nicht so auf treffen. Dann, äh, viel Spaß. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ob Xard das überlebt, das sehen wir dann. Ja? Ob unser neuer Zehnkäfig endlich funktioniert, das sehen wir dann. Ob der grüne Bart beim nächsten Mal sterben blau ist, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ich muss sagen. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Keine Angst. Das ist die falsche Schreitregel. Also, die darf er töten. Also, jetzt nicht irgendwie am Ende der Folge noch in dieser Anstrengung. Ja, doof.